Willkommen zurück, Freunde der Nacht, bei Strange Badfellows. Suchen wir mal die nächsten Abschnitte. Wir sind hier definitiv irgendwo beim Wutzilord in der Nähe. Es fehlt uns nur noch... Ne, es ist immer noch ein Hamariten-Tempel, oder? Ah, T.T., der Master-Tief. Es ist kein Zeitpunkt, um es zu erklären. The Trickster's foul beasts have captured our High Priest, and if we cannot retake him alive, all shall be lost. Also, our enemies hold the Builder's Chisel, which thou must recover. We lack thy skills of stealth and treachery, and our enemies must surely kill him, should we make a bold attempt. Take this key and map, and go. May the Builder guide your quest. So, Siege-Window. Was sind wir? Ach, das ist das, wo wir gerade sind. Zack, zack. Siege-Window. Ja, aha. Oh nein. Oh nein. Objective. Find the Hammer High Priest. Okay, return to the High Priest, to the besieged Hammers. Retrieve the Builder's Chisel. Retrieve this Builder's Chisel. The Hammerites seem to think it's so important. Und den haben wir schon gefunden. Don't kill. Okay. Ist das Spiel jetzt so logisch, dass wir... Ja, okay. Haben Sie ihn getötet? Passt. Ah. So, wenn ich jetzt da hingehe... Ach, da unten seht ihr auch schon dieses... Okay. Gefällt mir nicht. Oh nein. Stellt sich halt wirklich die Frage, was machen wir? Haben wir einen Gaspfeil? Ah! Wo kommst du denn her? Das gefällt mir nicht. Okay. Oh nein. Keiner mag dich. Okay. Äh. Dann machen wir erst da unten alle fertig. Bevor wir uns daran machen... Also die Viecher. Also da ist ein Hamarit, der tot ist. Warte mal ganz kurz. Na? Wo ist er denn? Ich glaube, das war's. Ja, das war's für mich auch. Okay. Das heißt... Das wird jetzt eine lustige Sache. Gaspfeil. Hier. Hier. Wo ist das Viech? Wo ist das Gasviech? Wo ist das Viech? du solltest irgendwo hier erscheinen. Ihr solltet irgendwo daherkommen. Wir schaffen das. Okay. 8 ist der Gaspfeil, oder? Ne, 9 ist. 7 ist der Gaspfeil. Leise. Ganz leise. Ne, kriegt man nicht hin. Oh Gott, im Himmel. Oh mein Gott. Wo ist er jetzt hin? Ist er jetzt wieder runtergefallen. Oh oh. Schlecht. Haben wir, ob wir das überleben. Ich lebe noch, wie auch immer ich das geschafft habe. Ja. Ja. Ich lebe noch, wie auch immer ich das geschafft habe. Okay. Da ist noch so ein dummer Frosch. So, ich hätte jetzt sehr gern sowas wie Lebensenergie. Ich glaube nicht, dass wir das da noch schaffen in dem Level dann. Okay, noch ein weiterer Gang. Hier gibt es nichts. Hier gibt es nichts. Keine Lebensenergie. Gar nichts. Hey, Hammeriten. Müssen wir woanders hin. Also, entschuldige mich, aber mit der Lebensenergie werde ich definitiv nicht speichern. So. Haben wir doch die großen Objectives? Nein. Dann ab die Post. In der Hoffnung, dass wir hier überleben. Hi. Hallo. Seht ihr mich nicht? Was ist denn jetzt kaputt? Hallo. Ist das Spiel jetzt kaputt? Probieren wir es nochmal. Dann gehen wir halt erst nach unten. Mann, Computerspiel. Hallo. Gott sei Dank. So, passt. Okay. Das haben wir. F11. Anscheinend gibt es hier nicht mehr. Den Rest machen wir da oben. Ah, Gaspreil. Wo ist dieses Biest? Ja, gut. Ach, sieben. Nein. Das war vielleicht nicht so intelligent. Okay, wir haben unsere Achievements. F11. Sieben. Ist der Gaspfeil? Den nehmen wir jetzt auch gleich. Oder auch nicht. Weil er nichts bringt. Gas, Gas. Ich will mich aber gerne irgendwie drehen. Und. Umgekippt. Passt. Jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir die Viecher umbraniten. Ja. Oder wir warten einfach auf das Biest. So. So weit, so gut. Da ist einer. Der versucht hochzukommen. Du. Nein. Mann, hey. Was für dumme Viecher, hey. Nein. Bleibst du da? Wo bist du? Mal wieder zurück. Oder auch nicht. Nein. Das war schlechter als erwartet. Kriegen wir wenigstens ein bisschen was zurück. Hier ein Pfeil. Danke. Komm mal her da. Ich hab was für euch. Kann ich dir das irgendwie wiedergeben? Anscheinend nicht. Auch nicht mit R? Ne. Ne. Okay. Ja. Dann hätten wir das größtenteils. Danke für einen weiteren Pfeil. Pfeil. Ein weiteres von den Biestern. Locate the hammerheads haben wir schon mal. Okay. Wir brauchen den Priester. Wir müssen den wieder da runter bringen. Und dann retrieve the builder's chisel. Oh mein Gott. Den hab ich doch hier. Aber gut. Jetzt brauchen wir M. Siege down. Irgend so ein Eck. Siege window. Das ist wahrscheinlich da, wo wir gerade waren. Was ich jetzt gerne machen würde, ist nach oben gehen. Da haben wir nichts mehr. Ne. Nach oben gehen und schauen, ob der Schlüssel diese Tür öffnet. Nicht? Haben wir keinen Key dafür. Doch. Ist ja super hier. Oh Mann. Och. Oh mein Gott. Wie lange, wie viel hält denn das Viech nur aus, hä? Oh Mann. Lebensenergie. Irgendwas zu essen. Ich hätte mehr Healing Potions kaufen sollen, ja. Da ist noch eine. Okay. Wir sind jetzt irgendwo hier. Okay. Irgendwo. Irgendwo essen. Oder irgendwas. Kannst du doch nicht ein Spiel designen? Naja. Da sag ich jetzt einfach mal nix dazu. Oh nein. Das heißt, wir sind sowieso so gut wie zu. Ja. Okay. Meine Fresse, Mann. Passt. Erster Weg. Nichts drin gibt's hier. Man kann auch nicht nach oben. Okay. Hm. Also irgendwo da ist noch so ein Viech, das wir töten müssen. Okay. Okay. Das ging einfach. Man hört's hier, aber man sieht sie nicht. Bleib da. Gut. Das heißt, wir sind, glaube ich, von hier gekommen? Nee. Aber es sieht gut aus. Trotzdem müssen wir dann noch dieses komische Insektenviech töten. Essen, irgendwas. Irgend... Oh nein. Bist du hin? Hey, Spinni. Wo bist du hin? Mist. Mist. Also, wir haben noch eine rote Spinne, die irgendwo rumliegt. Die jetzt aber hoffentlich niemanden alarmiert. Die braucht doch nur irgendwas mit Lebensenergie. So, hier ist es düster. Ich höre was rumgehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, Leute. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.